Viele von euch haben ja das erste Video vom Unboxing dieser Hand von Love Nails gesehen. Falls nicht oder ihr wollt es nochmal anschauen, dann verlinke ich euch das jetzt hier oben. Ich war nicht so zufrieden mit dem Einschieben der Fingernägel und habe dann mit dem Fräser die sogenannte Nagelplatte angeraut, und entstaubt, einen sehr guten Nagelkleber komplett hier drauf verteilt und Tipps aufgepresst. Und zwar No-File-Tipps. Die gehen also wirklich nur bis hier her und nicht unten drunter. Ja, viele sagen dann, ja gut, dann kriege ich den Nagel ja gar nicht mehr runter. Aber möchte ich ja auch nicht, weil ich an dieser Hand nicht arbeiten werde oder eben nur geringfügig. Denn ich finde die einfach viel zu schade dafür, das ist eigentlich alles. Und habe dann auch hier einfach nur Square-Nägel draus gemacht. Hier unten drunter sieht man dann eben auch schön, wie es aussieht. Schön gerade alles. Auch von der Seite sieht es halt sehr hübsch aus. Wenn jemand einfach nur klassisches Square-Nägel will, kann ich ihm das an dieser Hand zeigen. Dann habe ich mir einfach nur natürliches Gel hier vorne drauf gemacht, also ein Milky White eigentlich, und mit einem Soft-Beige-Rosé oben drüber gezogen. Jetzt sieht es aus, wie wenn man Babyboomer hätte. Diese Tipps kriegt man nicht mehr runter, es sei denn, ich fräse sie oder feile sie mit Gewalt runter. Weil ich das ja nicht möchte, lasse ich die so. Ich könnte jetzt, wenn ich wollte, trotzdem auf diesen Nägeln modellieren, Tipps ansetzen, Schablonen setzen und, und, und. Und die dann eben von diesen Tipps runter machen. Aber ich habe was anderes entdeckt. Und zwar habe ich hier fünf einzelne Fingerchen geschickt bekommen und habe die jetzt auf meinen Tipp-Präsentationsständer drauf gemacht. Ich nehme jetzt gerade mal die zwei hier weg. Diese Finger kann man natürlich super zum Tipps setzen, zum Schablone setzen oder zum Problemnagel behandeln verwenden. Denn wenn ihr jetzt mal schauen mögt, hier dieser Nagel, wenn ich den jetzt mal so seitlich nehme, Ihr seht jetzt genau, das sieht aus, wie wenn der Nagel ja einfach nicht von der Fingerkuppe her zum Finger passen würde. Und solche Nägel habe ich ab und zu mal. Einfach, wenn die Leute unsachgemäß pinchen, auf Teufel komm raus und sich im Laufe der Zeit einfach der Fingernagel zu schmal ausarbeiten lässt. An diesem Finger habe ich jetzt einen Tipp gesetzt. Das gleiche gemacht, wie ich bei dem Händchen von Lovenails gemacht habe. Ich habe hier einfach nur schön aufgeraut, weil das ist ja auch alles Silikon. Und dann mir einen Tipp, einen No-File-Tipp aufgesetzt und den natürlich auch hier ran gepresst. Und man kann es natürlich jetzt auch sehr gut erkennen. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Ich stelle euch noch schärfer. Also das ist jetzt wirklich so dieses Non-Plus-Ultra. Was mache ich aus einem hässlichen Finger? Einfach einen schöneren Finger generieren. Also es geht ja nur um die Nagelfläche. Und hier jetzt auf diesem Nagel kann ich jetzt auch alles machen. Ich könnte hier eine Schablone setzen, einen Tipp setzen, mit Press-on-Nails arbeiten oder mit Dual-Tipps. Und das möchte ich euch einfach zeigen, wie easy das ist mit einem Finger anstelle einer ganzen Hand. Ja, hier hätte ich jetzt diese No-File-Tipps. Die finde ich halt richtig schön, weil sie von der Form her sehr dezente Auswölbung haben. Und ich habe natürlich schon auch für später welche vorbereitet mit Farbe. Also die könnt ihr jederzeit ohne Probleme einfach anpassen und die dann später hier draufsetzen, sofern ihr die farbig haben möchtet. Ich möchte jetzt zuerst euch zeigen, wie mache ich das. Ich habe mir also jetzt einfach mal eins geschnappt. Das hier wäre zu klein. Der hier wäre ausreichend, wenn ich den festhalte, dass er hier abschließt und da abschließt. Und dann drehe ich mir den einfach schon mal weg. Hier habe ich meinen Nagelkleber von Muckhart. Der klebt wirklich super und ist in einer Pinselflasche. Ihr braucht gar nicht so viel. Wichtig ist wirklich, dass ihr überall den Kleber hin macht. Und dann drehe ich tatsächlich den Finger in diese Richtung, setze mir den Tipp an, damit er möglichst gerade sitzt. Und dann presse ich den an. Das macht ihr 30 Sekunden, 40 Sekunden. Dann sind keine Luftblasen dazwischen. Und dann hat man auf jeden Fall den Nagel fest. Den lege ich zur Nachtrocknung einfach hin und schnappe mir den nächsten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020